Und wieder da, hier ist Sonic Shadow Fusion und weiter geht's. So warte mal, wie alt ist Fang überhaupt? Oh. Oh. Fuck, sein Gewicht. Es braucht unbedingt mehr Gewicht. Es muss mindestens 20 oder 15 sein. P-Jab, M-P-Jab, Portable Party, Super Karotte, Happy Swim. Okay, wir müssen auch gleich Medizin nehmen. Oh, gut, das hat funktioniert. Das ist so wenig Frist, ist nicht gut. Schon gar nicht jetzt. Wow, ich war in der Stadt, aber es war mir zu stadtartig dafür, also kam ich hierher. Ich habe die Ausrüstung verbessert, trainiere hart. Oh, es ist auch hier. Und es sagt genau dasselbe. Die Ausrüstung ist jetzt besser. Okay, ich ruhe mal eine Hardcore-Runde bei... ...Zentaramon aus, oder besser noch. Wir gucken mal wieder dem Zerger dabei zu, wie er dauernd im Kreis geht. Eine andere Worte habe ich nicht, ich kann nichts tun. Kämpfe beeinflussen die Werte und Training auch. Und zwar viel zu sehr. Also gibt es nichts anderes als warten und warten und warten. Schneller geht's leider nicht. Ich bin Sonic! Ich kann's auch schnell laufen. Ja! Ich komme ein Stück voran, aber ich laufe! Ja! 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 Jetzt ganz schnell zu fressen holen. Das Tentamon musste ihm ja das ganze Futter abnehmen. Okay, da komme ich noch nicht lang. Ein Gewicht von 10. Hm. Okay, jetzt hole ich ein bisschen Fleisch. Wow. Toilette. Toilette. Wenn es etwas Anstrengendes gäbe, was gar nichts bringen würde in diesem Spiel. Das wäre das Brauchbarste. Willkommen. Ja, ich kaufe ein. Es ist irritiert. Hoffentlich angemohnt. Bitte angemohnt. Bitte! Ich habe daraufhin trainiert. Ich habe ihm sogar das Gewicht gegeben. Und... Ja! Ja! Ich habe ein Angemohnt! Ich bin der König der Welt! Es kann Spinningshot! Gut. Okay, die Operation ist gelungen. Jetzt kann ich ja hingehen und erst trainieren. Das wird sowas von geil sein. Okay, Felsen bewegen. Bringt 88. Machen wir es einfach ein paar Mal. Schon satt. Ja, ich habe ein Angemohnt! Ich habe ein Angemohnt! Ich habe ein Angemohnt! Das ist gut! Es muss aufs... Es muss kacken gehen. Naja, umso besser. Ich muss sowieso ausruhen gehen. Ah, wie soll ich so... Wie soll ich wieder so viel Disziplin in das reinkriegen? Was mache ich da eigentlich? Ich wollte gar nicht einkaufen! Ich wollte hier rein! Fang ist müde! Fang scheint ein bisschen müde zu sein. Kein Hunger? Doch. Okay. 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 Ich habe ein Digimon vor, aber ihr werdet erst sehen, was es wird, wenn es digitiert ist. Ich weiß, das hat so viel Sinn gemacht. Gut. Es wird kein Phönix, Mann. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich freue mich schon, wenn ich Ausbilder Level 10 habe. Da kann ich praktisch jedes Digimon machen. Speichern. Das speichere ich ab. Wir treten den Baum eine ganze Zeit lang. Weil wir Spaß haben. Und Langeweile. Und Langeweile. So. Filet geholt, aber ich werde es weiter mit Fleisch wittern. Denn ich habe vor, so eine Art Vorrat anzulegen, falls ich wieder ein Tyrannomon oder so kriege. Dass ich es auch füttern kann. Und es ist gut, dass ich nicht Patamon genommen habe als Rookie Digimon, weil Patamon ganz leicht zu einem Tyrannomon werden kann. Das passiert relativ schnell. So. Fäng ist müde. Hm. Okay, na schön. Für das, was ich zu ihm, für das, was ich aus ihm machen will, sollte ich ihn doch füttern. Und Fäng, bildet jetzt bloß nichts ein. Ja, nur, weil das Digimon, das ich jetzt habe, ein Engel ist. Heißt nicht, dass es ein Engel bleibt. Du bist auch kein Engel. Gib es zu. Hm. 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 Das ist ein bisschen müde. Na gut. So. Wir müssen Geschwindigkeit trainieren. Und. Naja. Warten. So. Es ist da. Es kriegt viel Speed. Erstaunlicherweise. Naja. Einmal geht, glaube ich, noch. Einmal High Speed. Und dann muss ich schneiden. Es wird schlafen. Gut. Ich speichere ihr ab. Bis zum nächsten Part, Leute.